3 zu 1 steht es für die Europa-Auswahl nur noch und es werden jetzt Uwe-Uwe-Rufe, HSV-Anfeuerungsrufe, Rachaber möglicher mit einem Hackentrick, stellt Gerd Müller das alte Ergebnis wieder her. 4 zu 1. Schönes Tor von Gerd Müller, er ist noch einmal abgewehrt vom HSV, aber nicht weit genug, Bene ist da. 4 zu 1, Vorschutze Müller. 5. 5 mit 6. 0 Untertitelung des ZDF, 2020